So, willkommen zu Black Ops 3. Und zwar werden wir mal hier die Kampagne spielen. Schwierigkeitsgrad machen wir auf Soldat. Missionen willen. Inflitieren sie gemeinsam mit einem Team aus Cybers Soldaten des Winslow Abkommens den Flugplatz in Äthiopien und sichern sie den gefangenen ägyptischen Minister für die Extraktion. Naja, los geht's. Spiel starten. Oh. Eter hier. Mensch. Ey, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, Waffenkammer. Ja, ja, ja. Daten, ja. Mann. Äh. Mann. Was ist denn das hier für eine Scheiße? Irgendwas holt hier hin. Oder? Menschliche Bio-Augmentierung ist in der entwickelten Welt mittlerweile Gang und Gäbe. Das schiere Ausmaß der Katastrophe hat die Behörden überfordert. Hm. Ja, komisch. Hatte ich schon nicht, ey. Es sind unsichere Zeiten. Unsere Zukunft hängt von unseren Entscheidungen ab. Mit der stetig wachsenden Bevölkerung entstehen überall auf der Welt Megastädte. Die extremen Bedingungen führten zu einem Exodus vertriebener Einwohner. VR-Basen waren heute Morgen alarmiert. Direktenergie-Antidronen-Systeme haben den Angriff sofort abgewendet. Protestierende und Einheimische gerieten einander und es gab erneut Blutvergießen. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist ein neuer, kalter Trick. Wir sehen unsere Feinde zwar nicht immer, aber sie sind da draußen. Mein Name ist Jacob Hendricks, der neue Anführer. Das ist der ägyptische Minister Said. Das NRC nahm ihn vor zwei Tagen gefangen. Nach den Aufständen in Kairo wollen sie ein Exempel an ihm statuieren. Ihn bestrafen. Aber das werden wir nicht zulassen. Damit das klar ist. Wenn was schief läuft, hat es euch nie gegeben. Die Sprache ist auf jeden Fall, gell? Statement. Naja. Mission. Das NRC ist bald hier. Wir brauchen die Mutter aller Ablenkungen. 27. Oktober 2065. Sehr schön. Ich wacke die ganze Scheiße ab hier. Tower, den ganzen Verkehr von Landebahn 19 umleitet. Verstanden. Leitet zu Landebahn 11 um. Frachter 4019. Wir haben einen Treibstoffbrand auf Landebahn 19. Kursänderung für Landung auf Landebahn 11. Bestätigen. Hey, wie soll es dir zu? Bestätigt. Anflug Landebahn 11. Ok, jetzt du. Ok, Hacker-Modul platziert. Kalibriere die Dead-Zieler-Fassung neu. Na super. Dead-manuelle Überbrückung. Bitte Ziel wählen. Eingabe bestätigt. Zielparameter akzeptiert. Wir werden anvisiert. Oh, Mann. Hier sieht alles gut aus. Mögliche Fehlfunktion bei euch? Jetzt schießen! Feiere! Dead-Kauf-Zieler. Feier! Hacker-Modul abbrechen! Oh, Scheiße! Runter! Joa, habt ihr gut gemacht. Erledigen wir das! Mann, Mann, Mann. Ablenkung läuft. Vogel am Boden. Ingestetigt. Wachenrücken aus, um auf den Absturz zu reagieren. Weiter zu packen. Voller Leute drinnen, hey. Schnappt neu, bevor ihr auspackt. Oder Schlimmeres. Ok. Sehen uns beim Treffbomb. Ich verstanden. Oh, oh, oh. Oh, oh. Solange wir mit niemandem reden müssen, dann halt einfach die Klappe. Ey. Die Sicherheitsstation liegt auf dem Weg, in den Tunneln. Dort können wir den genauen Standort des Ministers bestimmen. Köpfe und Waffen runter. Bleib cool, bis wir ihn haben. Mach auf, die Hütte. Ich folge dir. Boah. Shit. Die Arten, Sau. Kriegen sie nicht mit, ja, ist klar, ey. Oh, ja, die kriegen die nicht mit, ist klar. Hm. No, 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 no. Ich spazier hier einfach so lang, in China kriegt ihr die mit, ey. Oh, man. Taylor, sind an der Sicherheitsstation. Werden sie kontrollieren. Ich verstanden, Hendrix. Komm, mach in die Hütte. Los, tun wir's. Bereit, wenn du es bist. Bang, bang. Auf die Hütte hier. Deaktiviere die Alarmsysteme auf dieser Ebene. Finde den Minister. Ja, natürlich. Ja, ist nüchst. Taylor, scanne nach Paket. Das auch nüchst. Warte auf die Gesichtserkennung. Weitere Geiseln. Ich dachte, es wäre nur der Minister. Ich auch. Arme Schweine. Das NRC ist für seine Brutalität bekannt. Wusstest du von den anderen Gefangenen? Der Minister hat oberste Priorität. Verstanden. Überprüf den Nächsten. Lassen wir sie zur Folter zurück? Wir haben unsere Befehle. Boah, warte, Taylor in deine Hand. Schweißbrunner. Das ist er. Der Minister. Er wird verlegt. Wir müssen rauskriegen, wo sie ihn hinbringen. Wann diese nioa fleißi dabei? Bingo. Volltreffer. Sind unterwegs. Ankunft. Zwei Minuten. In zwei Minuten. Ich stoppe dich. Komm mal ruf. Du klingst wie die Stimme der Erfahrung persönlich. Glaub mir. Die bin ich. Dann mach doch mal die Rüte auf hier. Ich will heute mal anfangen. Boah. 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 Heftig. Ey, heftig, alter. Ey, konnte gar nichts machen. So, ey. Ich will gleich wenigstens hier die Explosion nochmal genießen. So. Mann, Mann, Mann hier. Brennen, alter. Könnte heiß werden hier heute. Schütze, oben. Brennt, ey. Über alle. Oh, die, alter, hier. Mann. Er muss hier raus. Oh, Mann. Äh. Zellenblock voraus. Mir nach. Naja. Ja, er kann leider die Tür nicht aufmachen. Ruf die Rüte hier. Ich geh vor. Du brichst da ein. Hier. Mann. Sie hören uns an. Wir taten nur, was wir tun mussten. Ich kann. Verhörer mit dem Rücken zur Tür. Zwei Wachen drinnen. Nicht aufmerksam. Du bist ein Falkring. Auf mein Zeichen. Du bist nur an dich. Drei. Zwei. Los. Wir holen sie hier raus. Tun sie, was ich sage. Dann schaffen sie's. Was ist mit Khalil? Ich hab gar nicht geschickt, ey. Oh, Mann. Sorry, keine Zeit. Khalil war ein Held des Kairo-Aufstands. Sie wissen, wie wertvoll er für ihre Propaganda ist. Sie wollen ein Exempel statuieren. Falk. Okay, gehen wir. Wo ist der Penner? Das ist der. Öffne die Tür. Geh Deckung. Da selber oft, ey. Ich schneide den armen Kerl ab. Oh, macht das. Boah. Herrlich. Khalil. Hendrix. Können Sie kämpfen, Khalil. Immer. Wir nehmen eine Waffe aus dem Schrank da vorne und programmieren Sie auf die Biometrie. Fange haben das Sicherheitsgebäude 3 infiltriert. Sicherheit der gefangenen Gefährdet. So, können wir weiter. Klingt, als wären Sie uns auf dem Fersen. Los! Taylor, Paket Plus 1, gesichert und unterwegs. Plus 1? Dein Auftrag war, den Minister zu befreien. Sein Name ist Lieutenant Khalil. Schon mal gehört? Los jetzt. Wir sehen uns oben. Das Depot da vorne ist schwer bewacht. Macht euch bereit. Mach auf. Geht doch. Action hier. Action hier. Na ja, schießt ihr mal. Ne, ne. Das ist unser Ausgang. Frachtaufzug voraus. Brauche Hilfe an meiner Position. Nein, wir sind in Positioning. Hier fangen selber. Was ist los hier? Rein in den Aufzug. Er bringt uns hoch zum Hangar. Schalte das Energy aus, damit wir nach oben können. Boah, Alter. Na los, zum Aufzug. War hier nicht noch einer? War hier nicht noch nicht. War hier nicht noch leer. Sofort! Dann wären wir tot. ersann. Wir sind tot vürr nicht. War hier nicht noch. War hier nicht noch. War hier nicht noch. War hier nicht noch. Und hier nur. Bist du dich so gut rum wie um mich? Das ist nicht witzig. Bereit zur Extraktion? Sprengsätze klar. Okay, wir können los. Bereit in 10. Diaz, du spielst den Babysitter. Los geht's! Folgen mir! Äh, hier macht es schon. Zum nächsten Hangar. Ich muss mal hier was los. Da 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 da. Die Zombies! Wir nehmen die Hauptstraße! Aufräumen hier. Jener von uns. Schwere Verluste! Rückzug! Rückzug! Das ist ja alles nur voll, mann. Oh, ledig. Boah. Wir müssen dieses VTOL abschießen. Zieht auf die Raketen! Aber heftig. Ja, 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 ja. Na, kommt noch in. Immer schön schmeißen. Alles voll, Mann. Alles voll, Mann. Oh, wo ist das Wort? Oh, wo kommen denn die her? Oh, wo kommen denn die her? Versuch mitzuhalten! Oh, der Hund ist da. Der Kampfhahn gehört mir. Gib mir Deckung. Oh, Mann, ey. 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 Boah, alter. Wiegt ja alles, ey. Sie sind uns immer noch auf den Fersen. Wir haben Sprengsätze in der Basis platziert, um unsere Extrema zu tauchen. Wir finden sie hinter uns. Niemand folgt uns. Die Wagen versperren uns den Weg zur Extraktion. Verwirrlich. Wunderbar. Verstärkung! Auf der Brücke! Was ist der Plan? Ah, Mist! Namen Weg! Brücke sprengen! Geht zur sekundären Extraktion! Täter! Primäre Extraktion ist gefährdet. Weiter zur sekundären. Verstanden. Treffen bei Hotel Tango. Wir benutzen die Transporter. Ein bisschen heftig, aber egal. Verstanden. Greife auf die Elektrik des Gebäudes zu. Ah, Muni. Achtung! Viele Feinde im Kommunikationsraum. Uff. Licht aus! Was? Sollen wir jetzt im Dunkeln kämpfen? So was ähnliches. Sende die Taktikdaten an dein Hut. Ja, Granate. Denk dran, Sie haben keine Nachtsicht. Langsam vorgehen und eliminieren. Aufräumieren. Scheiß, nein. Ledig. Deaktiviere das Taktikbild. Boah. Was jetzt? Das Vitor setzt uns fest. Ja, du Scheiße. Kommt denn das her? Ruhig nicht schießen, er gehört mir. Na, was macht er denn da? Boah. 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 Binnen da alle nur Granaten hier. Boah. Habt ihr das gehört? Was ist denn das, ey? Boah, Scheiße. Boah, rin hier, rin hier, rin hier, rin hier. Boah. Boah, vielleicht nicht, aber es sind immer noch Menschen. Verdammt. Oder hast du dich so verändert, dass du nicht mehr weißt, wie sich das anfühlt? Okay, Planänderung. Hendrix, dein Team bringt den Minister zur Extraktion. Wir gehen zurück und holen die Geiseln. Mehr Roboter. Keine Sorge deswegen, wir sind dafür ausgerüstet. Los, verschwindet hier! Hm. Wo rennt er hin? Ich bin am Steuer. Geh ans Geschütz. Hm. Machen wir doch. Bereit machen. Ein Haufen K.R.s nähert sich unserer Position. Yeah, Party. Wo muss das rein? Feuer auf den Vitol. Ich mach ein Rumpen. Es ist kein Auf. Ja, 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 die hat das Gehirn. Leicht. Feuer auf den Vitol. Feuer auf den Vitol. Gut geschossen. Gut geschossen. das schwimmt alter Alter, wir kommunizieren ja hier. Das ist ein Sau. Gasbricks. Schafft den Minister daraus, wir sind plus vier Paketen unterwegs zum sekundären Treffen. Vollstatt, ich verlasse dich krass. Reißen, die sind so schnell. Oh krass ey. Das sind ein bisschen viele. Extraktionskapsel 1 unterwegs. Durchhalten da unten. Kapsel ausgeklingt. Extraktionsluftraum nicht sicher. Drohne macht einen zweiten Überflug. Ach du Scheiße. Minister, sind Sie okay? Können Sie laufen? Bin okay, bin okay. Bitte, bringen Sie mich nur hier raus. Hier her. Verschwinden Sie von hier. Boah, alter. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Mach mal hin, na. Boah. Boah. Awww. Scheiße. Boah, warte. Tja, der sehe ich hier anders ein bisschen. Boah. Hohoho. Awww. Ist doch gut jetzt hier. Hey, hey. Das wird schon wieder. Halt nur durch. Halt durch. Okay. Fortsetzen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Was geht denn da ab? Wo, wo bin ich? Schon okay. Ruhig. Entspann dich. Alles wird gut. Wir haben sie überlistet. Unsere Ziele erreicht. Der Mensch ist immer besser als die Maschine. Leider hattest du lebensgefährliche Verletzungen. Du bist stabil, hast aber einen langen Weg vor dir. Wer bist du? Ich bin's, Taylor. Wurde Zeit, dass du aufwachst, oder? Was eine eigenartige Mission hier. Na komm, lass mich ins Menü. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Mission. Haut rein. Bis dann.